Das Grazer Hightech-Unternehmen 3G Software and Measurement hat mit der Software Blast Metrix 3D die Möglichkeit für einen Technologiesprung im Bergbau geschaffen. Mit Hilfe digitaler Fotos werden Steinbruchwände vermessen und Blast Metrix 3D würde nicht Blast Metrix 3D heißen, wenn es nicht auch beim anschließenden Sprengen der Felswand helfen würde. Zunächst werden Markierungen an 4 Punkten einer Felswand angebracht. Klick 1 Klick 2 Zwei Fotos aus unterschiedlichen Positionen sind schnell geschossen. Dann werden die Bilder in den Computer geladen. Der Rechner verarbeitet die Fotos und erstellt ein 3D-Modell der Wand. Dieses Modell kann dann in verschiedenen Systemen weiterverarbeitet werden. Blast Metrix 3D wurde über zwei Jahre in Graz und Leoben entwickelt. Mittlerweile wurde das System in die ganze Welt geliefert.